Hallo Leute, Apple hat die Beta 2 von Mac OS Big Sur veröffentlicht und in diesem Video werde ich zum einen mal darauf eingehen, wie es jetzt unter der Beta 2 läuft, zum anderen werde ich aus meiner Erfahrung berichten, ich habe ja Mac OS Big Sur unter der Beta 1 jetzt zwei Wochen lang auf meinem 16 Zoll MacBook Pro gehabt und werde euch allgemein mal erzählen, wie es gerade so läuft. Unter der Beta 2 gibt es eigentlich keine sichtbaren Veränderungen, alles sieht so aus wie unter der Beta 1, Apple hat aber hier die wichtigen Dinge verbessert, die unter der Beta 1 noch problematisch waren, das wäre jetzt Performance, Stabilität, Akkulaufzeit und allgemein einige Fehler. Nicht, dass es jetzt unter der Beta 2 plötzlich alles weg ist, es ist nur etwas besser geworden, bei Mac OS Betas war es schon immer so, dass die anfangs nicht so gut gelaufen sind, ich erinnere mich da an Mac OS Catalina und auch an Mac OS Mojave, so die ersten Beta Versionen 1 bis 4 würde ich jetzt mal so ungefähr schätzen, war es noch nicht so gut, aber es ist dann natürlich mit der Zeit besser geworden und bei Big Sur ist es dieses Jahr nicht anders. Jetzt unter der Beta 2 ist es aber wie gesagt spürbar besser geworden, Performance ist etwas besser, die Reaktionszeiten, teilweise ruckeln die Dinge nicht mehr so, vor allem was die Widgets angeht, das hat sehr geruckelt und sich manchmal sogar aufgehängt bei mir, das ist mir jetzt unter der Beta 2 noch nicht passiert und läuft insgesamt etwas flüssiger ab. Das heißt die Fehler, die hier jetzt unter der Beta 2 behoben wurden, betreffen hauptsächlich die Neuerungen unter Big Sur allgemein, also all das was sich gegenüber Mac OS Catalina geändert hat, da sind noch viele Fehler zu finden und das hat sich jetzt unter der Beta 2 einfach etwas verbessert. Was die Widgets angeht übrigens, die kann ich jederzeit verändern was die Größe angeht, ich muss dazu nicht in diesen Bearbeitungsmodus gehen, sondern mache hier einfach nur einen Sekundärklick drauf und kann jederzeit alle Widgets in ihrer Größe verändern. Und ja wir sehen hier so rund läuft das unter der Beta 2 trotzdem noch nicht und ich denke das wird auch der Grund sein warum die Public Beta für Mac OS Big Sur noch nicht erschienen ist. Das Control Center ist eine sehr erfreuliche Neuerung, etwas das ich in der letzten Zeit jetzt sehr häufig benutzt habe, also für mich hat das definitiv gefehlt, um hier einfach sehr schnell auf diese einzelnen Funktionen hier zugreifen zu können. Und das läuft unter der Beta eigentlich auch schon relativ gut und zuverlässig, also in der Hinsicht hatte ich noch keine Probleme. Fehler kommen trotzdem eher häufiger vor im Alltag, bei mir zumindest, zum Beispiel dass eine Erinnerung, die ich schon längst weggeschoben habe, immer wieder reinkommt und sie kommt erst dann nicht mehr rein, wenn ich sie komplett entfernt habe. Wie sieht es eigentlich mit Drittanbieter-Apps aus? Bei einer Beta ist es ja typisch, dass Drittanbieter-Apps nicht ordnungsgemäß funktionieren oder vielleicht sogar gar nicht funktionieren. Bei den paar Apps, die ich hier benutze, das 16-Sor MacBook Pro ist jetzt nicht mein Hauptarbeitsgerät, aber die paar Apps, die ich dann nutze, die funktionieren eigentlich ganz gut. Aber das sind ja nur ein paar von den sehr vielen Apps, die es gibt, deswegen kann ich ja natürlich nicht für alle Apps sprechen. Es wird sicher welche geben, die nicht funktionieren oder eben Probleme machen. Natürlich müssen Drittanbieter-Apps auch immer entsprechend an solche großen Updates angepasst werden. Vor allem bei Big Sur, wo ja auch vom Design her sehr viele Änderungen sind, kann es sein, dass da ein bisschen mehr angepasst werden muss als normalerweise. Wir sehen hier nämlich, dass das hier nicht so aussieht, wie es normalerweise aussehen sollte. Da steht sich vielleicht das Alte mit dem neuen Design ein bisschen im Weg. Das heißt eben, wie gesagt, Drittanbieter-Apps müssen dann noch angepasst werden. Auch natürlich die Apple-eigenen Apps, die man dann auch zusätzlich kaufen kann, wie zum Beispiel Final Cut. Das heißt, wenn die Public Beta dann da ist, muss man das nochmal bewerten und sich genauer ansehen, wie macOS Big Sur zu diesem Zeitpunkt läuft. Aber allgemein empfehle ich immer am Anfang von diesen macOS-Betas, das nicht auf einem Hauptarbeitsgerät zu installieren, beziehungsweise einfach nicht auf einem Gerät zu installieren, mit dem man wichtige Arbeit leistet, wenn man sich darauf verlassen muss, dass alles funktioniert, dass nichts abstürzt und so weiter. Die meisten Leute haben aber vielleicht nur einen Mac, wollen aber Big Sur vielleicht trotzdem testen. Und da habe ich einen wertvollen Tipp für euch. Und zwar könnt ihr Big Sur einfach auf einer zweiten Partition installieren. Das heißt, ihr erstellt eine weitere Partition auf eurer Festplatte, installiert Big Sur dort und dann habt ihr im Grunde beide Betriebssysteme auf eurem Mac und könnt dann zum Beispiel beim Hochfahren aussuchen, welches gestartet werden soll. So ersetzt dann Big Sur nicht Catalina und ja, man kann, wenn man möchte, einfach mal Big Sur nebenbei testen. Ich wurde auch gefragt, was ich vom Design halte. Design ist ja, wie ich immer sage, Geschmackssache. Das kann einem gefallen oder nicht. Aber lassen wir mal das Design beiseite und schauen uns die Grundidee dahinter an. Es geht darum, bestimmte Elemente von iPhone und iPad, also von iOS und iPadOS, auf den Mac zu bringen und das insgesamt etwas einheitlicher zu gestalten. Und das an sich gefällt mir eigentlich ganz gut. Was jetzt die Icons angeht, wie das alles dann genau aussieht, wie die Umsetzung ist, das ist eine andere Sache. Einige Icons wie die hier, also Kontakte, Kalender, Erinnerungen, Notizen und so weiter, die gefallen mir ganz gut. Safari, Fotos, das ist ja auch sehr ähnlich, wie wir es von iPhone und iPad kennen. Manche andere Icons sehen aber nicht ganz so aus, wie wir sie von iOS kennen. Zum Beispiel FaceTime und Nachrichten, das gefällt mir eher weniger, dieser komische Schatten-Effekt. Warum nicht das einfach etwas flacher machen? Oder auch bei der Aktien-App, dieser Schatten rundherum. Das könnte ruhig ein bisschen mehr so wie eben bei iPhone und iPad aussehen. Würde insgesamt besser passen, finde ich. Andererseits finde ich es auch nicht schlecht, dass die Icons nicht genauso aussehen wie bei iPhone und iPad, sondern so ein bisschen ihren eigenen Charakter hier haben und sich optisch leicht unterscheiden. Sodass wir hier immer noch dieses Gefühl bekommen, das ist macOS und nicht iOS. Es gibt auch ein paar wenige Dinge, die mir überhaupt nicht gefallen, wie zum Beispiel dieses Akku-Symbol. Es hat zwar auch ein bisschen diesen Stil von den ganzen App-Icons, aber ich finde es irgendwie nicht gut umgesetzt. Also vielleicht wird das noch geändert. Ja und für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, die Public Beta ist gestern erschienen für iOS, iPadOS und tvOS 14. Für macOS Big Sur und watchOS 7 kommt sie noch. Eben wahrscheinlich, weil die zwei noch nicht gut genug laufen, damit es dann von der Öffentlichkeit getestet werden kann. Zur Public Beta habe ich auch ein eigenes Video gemacht, wo ich euch alles erzähle, was ihr darüber wissen müsst, wo ich euch zeige, wie ihr die Public Beta auf eure Geräte bekommt und was ihr alles dabei beachten müsst. Damit sind wir am Ende des Videos angekommen. So sieht macOS Big Sur aktuell unter der Beta 2 aus. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten, wie sich das weiterentwickelt. Wenn ihr mich also noch nicht abonniert habt, aber an weiteren Videos von mir dranbleiben wollt, dann klickt auf Abonnieren. Und ihr könnt mir auch sehr gerne auf Facebook, Instagram und Twitter folgen. Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.